Also gut, an die Arbeit. Alle, die nichts zu tun haben, raus hier. Was zum Teufel, was passiert? Hey, hey! Palmer, was zum Teufel hast du gemacht? Sie haben gesagt, dass sie den Autopiloten repetiert hätten. Da dachte ich sie... Da habe ich sie gestartet. Verdammt, Shira, warum ich sie ausgereiche heute mal schnell? Verdammt, gib mir ein bisschen Nacht. Total blockiert. Hey, 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 beinahe... Beinahe, Start, ah... Was zum, kein Counter, ohne ist irgendwie nicht dasselbe. Hey, hey, Abschuss! Na, ich hasse Palmer. Na, ich hasse ganz schön Raum. Das sind alles Idioten. Vier. Drei. Drei. Oh, ich bin zu lang hier. Es sieht aus, als würdest du halt gleich zusammenbrechen. Drei. 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 Tja, ich hab's endlich geschafft, der Weltraum. Lass mal sehen, wie ist der Kurs programmiert. Ja, wir fliegen Richtung Meteor. Können wir nichts tun, wenn wir... Diese verdammte Pam hat alles getan, um den Autopiloten zu sperren. Wir können wahrscheinlich den Kurs nicht ändern. Ist das das Ende? Hä? Was sagst du da? Du bist noch so jung und gibst einfach auf. Ich werde nicht in den Meteor rauschen. Wart's nur ab. Ich hab ein Notmechanismus... Scheiße. Notmechan... Scheiße. Notmechanismus in die Rakete für genau diese Art Notfall. Ja, weil man ja immer... ...wenn man denken könnte, dass irgendjemand die Rakete einverstarrt, wenn man in sowas... ...im Motor... ähm... in einen Meteor rein rast. Ne? Ich hatte nun von dem Regierungscode den Notmechanismus entschlüsselt. Wir hauen ab, bevor wir mit den Meteor kollidieren. Hey, und was mit der großen Materie? Mach damit, was ihr wollt. Die Materie müsste da oben sein, wenn ihr die Leiter hochsteigt. Sicher? Weiß nicht. Aber ich weiß, was ich nur vor einer Minute gesagt habe. Höhöhöh. Ganz schlauer. Vielleicht wollte ich einfach nur ins Weltall. Warum macht ihr denn nicht alle einfach, was ihr für richtig haltet? Okay. Hey, Cloud. Wenn du die Materie wärst, musst du hier entlang. Oh, Scheiße. Hm? Aha. Ich bin blind. Mein Gott. Ich bin ganz ehrlich, bis jetzt habe ich diesen komischen Materiateil irgendwie immer versaut. Wir haben endlich die große Materie gefunden. Oh. Aha. Es ist so aufgebaut, dass die Verriegelung geöffnet wird, wenn wir mit der Zugang zwar an die Steuerpult eingeben. Schön. Ist die Steuerpult-Eingabe für Suchen? Ja. Hm? Zugangscode eingeben. Hey, Cloud. Du weißt, wie das funktioniert, oder? Wenn die Meldungen erscheinen, Zugangscode eingeben? Okay, ja. Pro Menü oder Wechsel drücken. Wenn du den richtigen Code eingehst, öffnet sich der Riegel und du bekommst die große Materie. In welche Reihenfolge soll ich den Code eingeben? Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach nach dem Zufallsprinzip. Hahaha. Ja. Tito hast du den Final Code eingegeben? Ach nee. Wenn wir nicht den richtigen Code eingeben, für das Holzmeter misst aktiviert, dann kommen wir nicht in die Materie heran. Ich habe gehört, dass der Zugangscode nur die Topper von Schilder kennen. Wahrscheinlich ist dieser Code. Versuch's mal mit ein paar Codes und ich versuch, mich an den Code zu erinnern. Oh, voll Idiot. Hast du Menü gedrückt? Ich bin ziemlich sicher, dass du sie nicht gedrückt hast. Hä? Ich glaube nicht, dass der zweite Code abgubt war. Scheiße. Ich glaube, du hast OK nur einmal gedrückt. Erleck mich doch! Hm, ich hab's vergessen. Lass mir ein bisschen mehr Zeit. Oh. Du bist nutzlos. Ich glaube, du hast OK nur einmal gedrückt. Ich habe OK zweimal gedrückt. Der dritte Code war Kohler, Abbruch, glaub. Der dritte. OK. 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 Der dritte Code war Abbruch, glaub. Ey. Ja, ich bring mich um. Ich bin ziemlich sicher, dass der letzte Code-Menü war. Nein, vielleicht war er jetzt Abbruch. Was jetzt? OK. OK. Ich glaube, du hast OK nur einmal gedrückt. Ich bring mich um. Na gar nicht sein kann. Aleasem! Also gibt mal zwar zwei-mal Blöcke, Aber πολύ wieder drückt, habe ich noch mehr Fragen zum Ergebnis吗? Ich glaube, du gehst nur hier hin. Shhh, ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Das geht doch gar nicht. Wenn ich wirklich zweimal drücken muss, und Abbruch der dritte, und wenn ich nur das letzte, dann kann ich nur an Anfang zweimal. Der dritte Code war Caller-Abbruch, glaube ich. Ich bring ihn um. Ja. Ich bring ihn um. 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 Wir haben keine Zeit, Video. Gooooooold. Hast du mir nur getrückt, hm? Ich hab sogar zwei mal du mir nur getrückt. Ach, es ist noch. Ich weiß es jetzt. Ja. Ich höre dich. Ja. Du musst nicht hier kommen. Ja. Ja. Okay.